herzlichen glückwunsch an alle leute gewusst haben und herzlich willkommen bei reddog campbell ich spiele heute mal wieder mecharena heute ist dienstag genau und ich werde anfangen mit dem wettbewerb ffa auch je eigentlich mal wieder ein falsches stack oder einen falschen hanger für ffa aber vielleicht gibt es ja ein paar andere leute die ich trotzdem besiegen kann wenigstens oder den ersten drei kommen also dann viel spaß ich habe vergessen place zu drücken die 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 schütteln unternehmen ich möchte Nein, das war nicht mein Kinn. Dauert zu lange, ich muss schießen. Okay. Ah, super, wieder nicht mein Kinn. Ich hab die auch nicht gefehlt, weil ich keinen Schuss mehr hatte. Oh, was ist mein Mikro? Ich hab mein Mikro gar nicht hier. Tut mir leid, wenn ihr grad... Okay, Mikro her. Ah, Mensch. Okay, 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 Hammer. Okay. Ah, schon wieder nicht mein Kinn. Meine Kinn ist für mich geklaut. Jawoll. Wir spielen das Spitzenleiter. Ja. Ha. Mit dem hier durchlaufende Scheiße. Aber mit dem muss ich das machen. 3, 2, 1. Oh. Jawoll. 1, 0 für mich. Und zwei Runden. Kommen wir noch. Schauen wir uns mal an, wie das alles aussah. Du, 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 du. Okay, okay, okay. Okay. Ich bin da erst mit 358 Punkten. Nice. Shit. Freut mich. Zunächst. Bis gleich. Schon wieder vergessen, Play zu drücken. So. Jetzt kommt er dran. Go. Let's get things started. Oh. Ah. Keine Evolution mehr. Hey, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Ah. Hmm. Wo schießt denn der hin? Ach Mensch. Gibt's doch nicht. Zweiter Kill erst. Ja, 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 ja. Ach nee, keine Mission. Ha, das war ein Slingshot. Nein! Ich glaube ich werde weg. Mein letzter. Hm, super. Fällt mal wieder einen Schuss. Wie so oft. Ah. Verloren. Needle Lugel. Hm. Ich bin jetzt traurig. Der hier, der hat alles kaputt gemacht. Aber diese, äh, der Kill, äh, Kill-Shot mit den Schrotflinten ist bei sowas richtig nice. Anstürm, anstoßen, schießen, kaputt, weiter. Weil jedes Mal, wenn man einen besiegt, kriegt man wieder ein Lebensrück und dann ist er jedes Mal wieder fast voll. Oder das ist sogar voll. Deswegen. Das ist eigentlich das Beste für FFA. Würde ich sagen. Ja. Aber ich möchte ja immer meine Sachen erst freischalten. Deswegen spiele ich mein Spieldeck, was ich jetzt habe. Und meinen, meinen Hangar, den ich jetzt so habe. Gut. Weiter geht's. Muss du einmal drücken, oder? Fortsetzen? Ne. Okay. Da. Fünfter Platz war ich. Plus eins. Lol. Und der war auf den dritten, ne? Also bei MVP. Na gut. Dann viel Spaß. Bis gleich. Okay. Und es geht los. Was war noch nicht mehr erster Kill? So ein Mist. Was? Warum sporter denn hinter mir? Kann man sich nicht eine andere Stelle aussuchen? Mein lieber Herr Gesangsverein. Oh. Das steht auch. Oh. 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 Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Hey. Udin. Ach, was nimmt er da auch noch? Oh. Oh. Ach nee, 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 nee. Let's just, okay. Okay. No, 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 no. Was ist da gerade noch gewesen? Ach, da war nur einer. Die Modusgleiche. Ach, nicht betrieb da. Gott sei Dank. Gut, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon für heute. Sieg, Niederlage, Sieg. SNS. Okay. Da, Nummer 3. Der vierte nur drei Kids. Das sind gut, gut, gut. Spieler, Spieler, Spieler. Das andere alles Bots, denke ich mal. Es gibt ja so eine Liste im Internet von Mech Arena. Da steht drin, wer alles ein Bot ist. Gut, deswegen, das war es für heute. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.